bei den sieben es ist endlich soweit game of thrones von telltale wir haben lange drauf gewartet und jetzt ist es soweit episode 1 ist da ich hab's mir runtergeladen direkt auf die xbox geballert und jetzt werde endlich auch ich es spielen ihr habt ja vielleicht mitbekommen wir machen wie schon bei the walking dead von telltale machen wieder ein parallel knallhart durchgenommen kim hat ihr abenteuer gespielt jetzt spiel ich mein abenteuer ihr werdet uns beide dabei beobachten können welche entscheidungen wir so treffen wie wir spielen wie viel blut bei uns vergossen wird wie viele leute sterben ich habe so das gefühl dass wenn einige sein denn wir sind aber telltale und b bei game of thrones deswegen erwarte ich da keinen zu fröhlichen ausgang dieser geschichte und möglicherweise wenn wir auch am ende ein bisschen mit euch zusammen rekapitulieren und auf das sechsteilige game of thrones spiel von telltale zurückblicken ich weiß nicht wie es euch geht aber seit dieser ankündigung es wird ein game of thrones spiel von telltale geben bin ich ein bisschen freudig erregt um nicht zu sagen gar fickerig und da bin ich auch jetzt sehr sehr froh dass ich endlich auch jetzt hier meine runde wagen kann ich habe mit kim noch nicht gesprochen ich weiß absolut gar nichts ich bin also unvorbereitet und unbefleckt wie die jungfrau bei ihrem ersten porno drehen möchte ich sagen lassen gar keine zeit verlieren wir haben sehr viel vor wir haben viel zu tun wir sind im spiel ja sehr gut wenn gleich am anfang die capture box ein bisschen spinnt ich hoffe das hat sie jetzt auch zum letzten mal gemacht okay los geht's for thousands of years house forester have been loyal bannermen to horse sark and the darkest reaches of the wolf's wood they harvest the rare ironwood trees genau es geht ja um house forester das haben wir mitbekommen und diese mir jetzt nicht so geläufig muss ich sagen also ich kann mich an sie nicht erinnern ich glaube die sind sowohl in den büchern als auch in der serie mehr so am rande vorgekommen deswegen bin ich echt gespannt die Der Great Jamie Lonniston Kingslayer Oathbreaker Brought to his knees by the men of the know Yeah Okay cool Wir sind wieder Wir sind natürlich wieder bei Telltale Press and hold A Und dann mit L rüberziehen Okay also Hier das Heft sauber machen Oh ja das aber Ein Pozanderklinger Now that Is a proper sword I'll have one like it myself some day You You'll never have a sword like that I say that as a friend And if we're being honest Oh don't be an arse bowing Apologies you lordship I had a hand in it you know A hand in what Capturing him He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood He was so drunk he barely made it out of his tent Next will tell us he caught Tyrion too Shh Let him finish Oh he'll talk all night if you let him You captured the Kingslayer Aye Well I had a hand in it Aye A hand round his ankle as ten others took him down See what do I tell you Brought him to his knees Old Forester Not before he dragged you halfway across the battlefield on your face You're questioning Norrin's honour I'm questioning Norrin's story He grows more far-fetched every time he tells it Get your leads load some wine Go on Er kombiniert mich auch ganz schnell rum hier der Typ I don't take orders from you No but you take orders from him Idiot you're his squad He had auch gar so'n Knappen ey Geil Schöne rumsteuer I'll do it Okay also ist es jetzt nach der Nach der Schlacht als der Kingslayer gefangen genommen wurde oder was? Boah da liegen wir aber ganz schön zurück in der Chronologie Das ist ja krass Der King in the North Der King in the North Der King in the North Tomorrow we march on Casterly Rock And House Forrester has been given the greatest honor To lead the young wolf's army And ride as the vanguard Der kann nicht sein, Jamie ist ja schon frei Onward to Casterly Rock Aye Get to the Lannisters Aye I am from ice Aye Garen Yes my lord I need you to keep an eye out for Roderick As his father I could not be more proud of the man he's become On a night like this Men find false courage at the bottom of their cups I'd rather he were here Yes my lord There's also the question What's to be done with you? You have to keep an eye out for a while now Something must be done With me my lord You served House Forrester well for several years now But I can't expect you to squire forever How shall I reward your loyalty? What can I offer you? Ah naturally You served me well To bring honor to House Forrester my lord You have more honor than those who were born to it There were those who had their doubts When your uncle put forth your name as my squire You've erased those doubts entirely It would be an honor To see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow Not as a squire But as the equal of any man who serves House Forrester It's well deserved Garen Your hard work has paid off Thank you my lord I promise I won't let you down That I don't doubt But for now keep this between us We're celebrating tonight I wouldn't want the other squires to feel discouraged Yes my lord Oh god Now go And find Roderick if you can I will my lord Oh god der so edel und großmütig Der ship garantiert Der macht das nicht bis zum Ende Squire Fetch us more wine Can you give me a hand? Come on Make it up to you Fine But you owe me Oh you? I've been a squire longer than you have I outrank you Fetch more wine Scrub my armor Clean my boots Just my luck to end up with Norrin Or you serve the lord Let him fetch his own wine for once You'd better watch your tongue And it could be much worse What the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norrin See that's where you're lucky Low expectations If I'd grown up covered in pig shit Shovel and slop Maybe I'd think Saddling his horse was the greatest On there in the seven kingdoms Er ist ein richter Sonnenschein Who does it love Beck? Gutes Konter-Argument Gegen alles All I'm saying is At this rate will never be more than this Which is nothing The lowest of the law For all I know We could be squires for life So what I'm saying is So what I'm saying is I'm sick of listening to your wine With that attitude You'll never be more than this Easy for you to say Maybe if my uncle were Castell Then I'd feel different Who my uncle is Has nothing to do with it How much further So that's right over there Nein Right in the field Alter, that's the Red Wedding Take your time Die Arschlinger You lot have drunk your shirt Good thing, Lord Walders In a generous mood Fucking phrase Ja, echt Nice night for a wedding Not often he finds a willing husband For one of his daughters Alter, that's the issue of Red Wedding Ich pack es nicht Don't expect me to carry it for you, Sir Gerard It still hurts It's gotten into you You're acting rather odd We need to get back Now They're fine They can wait No, you don't understand We need to go And take the fucking flag in already What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go You go if you're in such a rush We have to warn the others Good luck Alter Oh, wie hart's immer noch heute Die Penner Die Pfeile sieht man aber echt schlechter als bei The Walking Dead, ey Jetzt sind hier so fies alles gekraut Oh, Lord, nein Look at the roadway Look doch nach vorne, ey Oh, Lord, nein I don't know Let's go Have to Hurry Ready, boys Whoa Shoot that one Nein! Komm schon! Jawoll! Schweine loben uns alle! Krabbeln, krabbeln, krabbeln. Okay, ja, auch das kennen wir. Genau wie das. Okay. Gut, erstes wird er schon mal genommen. Warum muss ich hier echt konzentrieren? Und diese Pfeile? Das ist so sex. Komm schon, Master Tick! Shit, 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 shit. Ja, komm herüber! Ja! 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 Nein, der wird jetzt abgeschlossen. Ja! 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 Ich bin ich, Riedrich. Ich bin groundel extrem. Kein Geld, mein Herr. Kein Geld. Wo ist mein Schwer? Du hast ihn nicht verlassen, hast du? Was ist passiert? Ich hatte ihn zu verlassen. Ich hatte keine andere Wahl. Findet einen Weg, schnell! Was ist das? Was zufrieden! Du traurierst! Geh, mein Herr. While es still time! Oh, das ist doch der Schmiede, ey! Ich werde es nicht verraten, wenn ich ihn in den Händen von diesen Traitern verraten werde. Sie müssen gehen. Sie sind willkommen. Es ist noch Zeit, mein Lord. Wir können beide... Du musst gehen. Mein Lord... Bei den Gottes. Sie werden mir beheben. Er sagt ihm... Er sagt ihm... Der Nordgrove muss niemals verloren sein. Er sagt niemanden, aber ihn, dass Sie verstehen. Er sagt ihm, dass Sie nur dein Papa Dunker sagen. Der Zukunft der Haus könnte sich auf ihn sein. Ich versuche, dass ich will, mein Lord. Es sind die Bordern. Herr Herr, Sie müssen es tun. Es ist für Ihre Haus. Er sagt ihm, Sie müssen sie tun. Geh! 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 Die Bordern! Mit Glück! Ah! Nein! Ey! Wie man eine fiktive Figur so sehr hassen kann, ey, Walder Frey. Ohne Scheiße, ey. Diesen alten, verknöcherten Drecksack, ey. Ach Gott, wie ich mich freue, wenn es weiter geht, ey. Oh, ich weine gleich. Die Twins, ey. Auch selten gesehen im Vorspann, geil. Nein! You know nothing, Muff, Speer. Das gucken wir uns jetzt komplett an, ey. Mein Rath. Da waren wir wirklich, glaube ich, noch nie, ne? Da kommen wir ja offenbar die Forrestes her. Noch nie gesehen. Geil. Okay, ein bisschen abgekürzt für das Spiel. Tut dem, glaube ich, aber auch ganz gut. Oh Mann, ey. Das war mal ein Stamm nach Mars, ey. I'm from Ice. Fang dir an der Red Redding an. Ich pack's nicht, ey. Schweine. Das ist doch reine Qual. Das ist doch reine Qual. Wir stecken hier den Stark-Fans das Heft, äh, das Messer in den Rücken und brechen dann die Klinge ab. Ach ja, und noch eins, falls ihr euch jetzt wundert, ich hab diese, ähm, Anzeigen ausgeschaltet, die mir sagen, wann sich ein Charakter was merkt und was vielleicht möglicherweise Konsequenzen haben wird. Ich find das, glaube ich, echt so ein bisschen spannender. So, und jetzt können wir uns das erstmal hier frei bewegen. Ich mein, klar, eigentlich im Grunde muss ich, denke ich, es nicht groß erklären. Wer die anderen Telltale-Spiele kennt, insbesondere The Walking Dead, ähm. Ey, ich wollt grad das tolle Schwein untersuchen. Der wird wissen, wie es funktioniert, wollte ich grad sagen. Ey, Mann. Who doesn't love Bacon? Ja, eben. Ich will zurück zum Schwein. Och, Mann. Einmal eine interessante Sache hier. Können wir hier vielleicht reinschauen? Hm, ne, sieht nicht so aus. Nö. Und ich seh die ganze Zeit links ein Bild schon mal... Was ist das denn? Sieht aus wie... Ah, ist wahrscheinlich... Da schwert etwas hier dabei. Da, look at card. Ja, geh doch hin. Achso, Y. Ja, ich drücke A. Oh, die Boltons. Hey, Mann, die Schweine. Oh. Die Boltons, ey. Auch so eine Mischbrücke. Ich drehe. Ja. Ah, das ist das. Ah, das ist die Gänge. Ja. Tö, das ist der Gänge. Ja. Ich denke, er mag eine richtiges, leute Kugel so. Ich habe das Kugel, Junge. F*** dich! Okay, das war nun wirklich klar, ey. Jetzt dachte er, was passiert. Sehr gut. Läuft super. Läuft richtig gut, ey. All right. Finish this f***ing Pigfarmer. Panetisch. Ja, sie sind ein Pigfarmer, nicht wahr? Haha! Geil! Hier, hier. Sollte mal gucken, wie ihr schaut. Ja, hier. Was ist das? Oh, das ist das? Ach, renn, du Pfeife. Aber ich sag, Alter, soll ich dich noch einmal sehen, ey. Alter? Gerard, du hast es geschafft. Du bist eine Frau. Sie hat sie weg. Sie hat sie weg. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich versuche sie zu stoppen. Ich werde die Männer, die das getan haben. Läuft hier richtig gut. Lord, tot. Vater, tot. Schwester, tot. Ja, echt. Willkommen bei Game of Thrones. Oh, Mann. Ja, ich weiß es natürlich nicht. Logischerweise, wie soll ich es auch wissen? Aber ob das jetzt möglicherweise ein Fehler war, den einen Typen dazu verschonen und ihn laufen zu lassen? Aber wahrscheinlich wird noch so viel Ironrath Blut vergossen werden. Oh, das sieht ja schon schön aus, ey. Es ist Garret! Geh das Kasteln! Sag ihm, dass sein Papier überlebt hat! Karret! Ich war zu früh. Sie waren bereits tot. Bring den Meister! Wir treffen uns in der Großbritann. Richtig! Zwei White Hill Soldaten? Und ein Bolton. Sie töten meine Familie. Und für was? Meine Freundin, sie... Sie war nur acht Jahre alt. Das hätte niemals mit den Starken in der Macht passiert. Es ist... Unimaginable. Unakzeptable. Sie haben meine Schulden. Danke, Herr. Hm... Die Blade war tief. Aber ich sollte, dass du dein Leger schlagen kannst. Das ist sehr berührend. Oh, Gott, Egei. Oh! 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 Mh. Ja, und rein mit den Maden. Oh, Eilotte! Okay! Äh! Das sind schmerzige Tage, ich schäu. Verlust den Herr von der Haus und den Mälder Sonn durch so ein schreckliches Akt von treachery und betreffend. Größer Häusern als Ous haben wir in Zeiten wie dieser Zeit fallen. Der Herr Herr Forrester war ein guter Mann, und der Herr Roderick. Ein sehr starker Mann, aber er hätte einen guten Herr Herr. Was machen wir jetzt? Der Zukunft dieser Haus ist in Herrn Ethan's Hand, obwohl er jung ist und nicht bereit zu führen. Was machen wir jetzt? All right, uh, this might hurt a bit. Hold this for me, will you? I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of Warcraft. Roderick had already fallen. There was nothing we could do. Well, I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house. High or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Er läuft super. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn da so? Ach Gott, die Maden. Wie Baba. Healing Herbs. Das können wir vielleicht mitnehmen. Das ist mein Ohr. Hätte er uns aber auch anbieten können, der Meister. Ja, genau wie die Mandagen. Also ich meine, ist das eine natürliche Reaktion? Das brauchen wir, glaube ich, nie mehr. Okay, ah ja, also ich gerade vermutet habe schon, links sieht man so, angedeutet, eine Art Inventar. Hm, du seemst es favorieren. Ich habe immer gesagt, dass ein Warrior ein Lose verletzt hat. Ich bin gut, Meister Ortengren. Schau, ich zeige dir. Ach, geil. Asher. Er ist in Essos, införtlich. Ah, er ist in Essos, okay. Talia und Ethan. Ich glaube, Lord Ethan jetzt. Mira. Sie ist noch in King's Landing, ich glaube. Aber ich frage mich, ob sie sie nach Hause bringen. Mira, Forrester. Ich überlege gerade, ob wir die schon mal gesehen haben. Ryan. Never easy being the fourth born son. Lord Forrester. It was an honor to squire for him. Gregor the good. Roderick. Er war unser bester Warrior bei weitem. Mhm. Ich bin vielleicht falsch. Du seien es auch, dass du es auf den Tisch legen kannst. Ja, klar. Ach Gott, es geht ja einmal komplett um den Tisch. Ich wollte mir eigentlich nur den... ...den Sitz des Lords anschauen. Aber stimmt, ich humpel echt so ein bisschen. Ja, das war aufschlussreich. Die Ironwood Grove. Die Aussicht hätten wir jetzt schon mehr gesehen. Talk to the Maester when you finish exploring. Ja, Moment. So ganz fertig sind wir ja noch nicht. Mal schauen. Ich bin ganz baff, wirklich, dass ich so durch reines Duo so rumgegucke, hier die Dinge mitnehmen konnte. Bandagen und so. Also ich hätte auch nur wirklich erwartet, dass er mich fragt, ob ich das nicht vielleicht für die spätere Verwendung mitnehmen will. Okay, da kann ich offenbar noch nicht hoch. Hier gibt es auch nichts mehr. Die Axte rumzugucken. Nö. Wir können ja auch mal betrachten. Ja, okay, doch. Dann glaube ich, dann haben wir hier soweit. Alles, dann sagen wir Ihnen das mal. Hm. Hat deine legge fühlt sich so schwer? Nein. Ich wollte nur fragen, warum die Whitehills die Forrestern lieben? Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass die Gefühl ist mutual. Es hat sich in die beiden Häusern, so lange wie jeder kann erinnern. Ich bin nicht sicher, dass jemand jemanden hat jemanden, das leden zu mehr zerstören von jemanden. Und dann, äh, hier sind wir. Hm. Das ist ja. Das wäre schon ein Problem. Danke. 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 Maledi. Talia asked to see you. Gerrit, I heard what happened. Is it true? Your family... I'm so sorry. Me too. Hat sie echt nicht ungesprungen. I'm to bed now. Hurry on. I'm sorry. I have to. I can't. Gerrit was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Whatever you can recall. You saved my life my lady. Doch nicht Roderick. Du warst mit Roderick. Ich bin sicher, es war Chaos und Wunderschöne. Aber wenn du ein bisschen erinnerst. Er... er war valiantly, meine Lady. Natürlich er war. Er war House Forrester's best. Das hat so sehr schwierig für uns. Especially die Kinder. Aber ich habe gesagt... Ich habe gesagt, Sie waren die letzte. Ich habe gesagt, Sie waren zu sehen, dass ich meine Damen und ich bin. Ja, meine Lady. Ich weiß, dass es schwierig ist zu erinnerst, aber wenn ich mich fragen möchte, was da was er gesagt hat? Any last words before he passed? If you can remember. Hey, er sagt, er liebte dich. Das ist sehr nett von dir, dass du gesagt hast. Du hast die Forrester's sword? Ethan sollte es haben, wenn er Lord. Lord Forrester hat mich zu zurück in die Haus. Er hat gesagt, das ist, wo er gehört. Mit seiner Familie. Danke, Gerrit. Natürlich, meine Lady. Er braucht eine Antwort. Es ist zu gefährlich. Especially jetzt. Jetzt ist es Zeit, unsere Strecke zu erinnern. Ich bin sicher, dass es zu Eden gegeben wird. Wer, wenn nicht, Kollege? Duncan, das war unsere Land. Sie waren unsere Leute. Ihr Familie. Ich bin ein Wunderschön, Sir Roiland. Ich bin sicher, aber jetzt ist es nicht die Zeit, um die Whitehills zu verbrechen. Nicht mit Ramsey Snow kommen zu sehen uns, Bende die Knee. Die Hände mit Ramsey Snow, das wunderschön. Gerrit, du verstehst du was das bedeutet? Du hast einen Bolton, und Ramsey Snow will wollen seine Retribution. Wir sind die Leute, die sie zu retributen. Das passiert auf Forrester Land. Ramsey Snow ist hierher. Aye. Er wird in den Wochen kommen. Die Leute sagen, sie sind die Peace in der Namen von Haus Bolton. Und was würden Sie haben uns tun? Nichts. Ich würde uns nutzen unsere Hände, während sie noch an unsere Hände sind. Gerrit hat so viel als jemand anderes in diesen Wallen. Vielleicht können Sie mit deinem Bezahmer. Gareth suffered enough already. You asked too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. We should demand justice. Aye. Justice on their terms. Which means they'll have your head. Justice is taken, not demanded. Then what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this, I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same, as any man would. It wasn't murder. It was justice. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsey Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay? Stay? Duncan? The boy has suffered enough. But, where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. You're sending him to the wall? No! The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. Uncle, you can't send me to the wall. I'm not a criminal. There'd be nothing we could do to protect you. To stay would bring destruction upon us all. I know that's not what you want, what you want. Ah, man. It's difficult to understand. But you must think of the house. Still not right. No, it's not. But it's what's best. That's settled then. Alter, die Schweine schicken mich echt zu wall, oder was? You can ask my horse. And I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. Ich hätte die doch beide killen sollen, ey. Fuck. Oh, man. Jetzt werde ich echt wie so ein Krimineller zur Wall geschickt, ey. Das ist ja wieder super. Das ist so typisch Game of Thrones, ne? Wie man's macht, macht man's verkehrt. Were it up to me, I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. I know you're not a criminal. But Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the House ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. You're the only family I have left. In my heart, I know I'll see you again. Hmm. I've been waiting for the right moment to tell you. Nein. What? Hört keiner zu? What is it? Lord Forrester asked me to give you a message. He said The North Grove can never be lost. Sorry. You caught me by surprise. It's not often discussed. If ever. What is the North Grove? Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools. And it's better kept that way. You haven't told anyone else, have you? Natürlich nicht. This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. Oh, man. Eines war ich richtig gemacht, ey. From this day forward. This will be our secret. But soon. I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Iron from ice. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. I'll serve with honor. I know you will. Garrett, wait! Be safe. Be safe. What's the North Grove? Ethan? Ethan! Ethan! I couldn't find him. Could you? He hides too well. And if he were smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. I win. Congratulations, your lordship. Don't worry. It's just a game, Ryan. A stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought he'd never find you again. I'm right here. And I promise I'm not going anywhere. I wish Mira was here. And Asha. And... And Roderick. I don't like it. I do too. But Mira's in King's Landing and... How did she come home? I don't want her to die too. Ryan, she's perfectly safe. I promise you. I don't want Gerard to die either. Maester Ortengren said he got sent to the wall. I'll miss Gerard. He was nice. I don't know what he did to get sent away like that. He'll be fine. Gerard is smart. No one will tell me what Gerard did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Roiland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Roiland for one. He says you can't fight very well. What? What? And he calls you a milksop. Sir Roiland forgets himself. After all, you are the Lord of the House now. He doesn't know me or what I'm capable of. What does milksop mean? I don't know. But I know it's not good. Ethan, you should let Sir Roiland teach you how to wield a sword. Like, like a man. He taught Roderick and Asher. And he even showed me how to fight. Properly, I mean. A Lord should know how to fight. No, this is weird. You were younger. And we all used to play here. You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then, well, then everything changed. Roderick became so serious. The Lord in training. We never smiled anymore. And Asher, Asher just got angry. At everything. Promise me you won't be like that. Please, just be you. I like you the way you are. I know a Lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. I may have to change. I'd rather have my brother than a Lord. You'll have to have both, I'm afraid. But, since you're the new Lord, you can do anything you want. I suppose. Everyone will have to do as you say. So, I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. That's not how it works. Well, that's how it should work. You are the Lord. No, I don't put it. Lord Ethan, you're needed in the Great Hall at once. Quickly, on your feet. What's the matter? Lord Whitehill has arrived. Unannounced, and certainly unexpected. He's come demanding justice. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. It's your decision. You are the Lord. If I were Lord, I would command Ethan to stay. With his family. Fine. If that's what's required of me. Very well then. Yeah, well, I mean... A little love in the garden is nice and good. But I'm also the Lord, right? Ja, that's what I'm going to do with you. Yeah, that's what I'm going to do with you. Am Ende muss ich mich wahrscheinlich entscheiden, und wem er die Kehle durchschneidet. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das kann ein Widerhalter werden. Also manchmal diese Aussetzer, die irritieren mich dann aber doch so ein bisschen, muss ich sagen. Das ist so dieses alte Telltale-Problem, was sie immer noch nicht ganz früh war. Lord Whitehill is in a lather. I assume you explained to Lord Ethan why they're here? The business with Garrod. I told him. Lord Whitehill knows Garrod is a squire to this house. Or was, I suppose. Is. Was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there, you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. I can handle Lord Whitehill. Well said, my lord. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got five times as many men and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men go over. Oh Gott, oh nein, was soll ich denn nochmal? Scheiße. Entschlossen auftreten. Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house. But to his family, it's still a loss. My only regret is, I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day all my life. The Forrester's finally get their due. I may be young, but I'm not so easily fooled. They're trying to rile me, but it won't work. Young? You are that boy. Too young to know when you're in over your head. And no bread and salt. What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Calm yourself, old man. You little fuck! That's how you talk to a lord. You Forrester's have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the warden of the north. Aye. And we've been his banner men for five fucking centuries, you cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the Ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Body soul. The pen of the body. Your man, the squire. We were minding our own business. Keeping the king's peace, as his lordship here said. When your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. No reason? You murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the lord of this house. We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth a hundred of their type. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. Whatever you've done with him. I took care of it. He received his punishment and it's done. He's gone. What? Gone? That was my justice to deliver, boy. And you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it or you'll answer to Roos Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Sarim. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean, no disrespect to you, my lady. Considering your losses and all. But this, this is not over. It's over when my son says it is. I've heard enough, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. That lad may be lord of this house. But Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. We're in the right, Lord Whitehill. Remember that. Your son did well, my lady. He kept his wits while Lord Whitehill lost his temper. A lesser man would have been rattled. But Ethan here held his ground. You were brave, my son. But you'll need to be brave enough to be, when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare, Raven. We need to send word to Meera in King's Landing at once. Your sister can help us. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. And Lady Marjorie's betrothal to the King may be enough to keep the Bolton's at bay. If it's presented to her as it should be. Wonder's made by man. A man, my Lomas Longstrider. A gift from Rodrik. I hope to see you someday. Asher sent me this coin, to remember him. What a strange place, Essos. Ethan made this for me. It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. It once belonged to Lady Elena. Father, much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and mother could come. Although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you. And I look forward to the day you can. Okay, der Brief ist eindeutig noch nicht fertig geschrieben. Gut, schauen wir uns mal weiter um. Das können wir uns nicht angucken. Geht's hier noch weiter? Na, hier ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Nö. Das Kohlebecken. Ja, scheint auch nicht so wirklich spannend zu sein. Liegt da was auf dem Tisch? Nee. Es sah gerade so aus, als wäre da was. Ja, na gut. Vielleicht kriegen wir jetzt mal eine Aussicht zu sehen. King's Landing. Ich wundere mich, ob es heute Sonja in Einrath ist. Ja, komm, lauf. Letter from Mother. Mother. It troubles me to even ask this of you. But you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope. And can be a powerful ally. Especially now when your family so desperately needs her help. Okay, ich vermute, hier wird jetzt nichts mehr sein. Aber zur Sicherheit schauen wir noch mal an. Ja, ist ja gut. Ich komme her. Einen Moment. Oh, sorry, m'lady. Ich wollte dich nicht beschädigen. Ich kann später zurückkommen, wenn du möchtest. Ich komme her. Nein, es ist okay. Komm in. Begge ich deine Entschuldigung, m'lady, aber... ... bist du okay? Wenn du mir nicht interessiert hast, bist du ziemlich schädig. Ich kann dich nicht interessieren. Sorry, m'lady. Ich sollte nicht sagen. Please hurry, wenn du kannst. Lady Marjorie wird hier irgendwann. Of course, m'lady. you work for lady Marjorie I may be well, but it seems like you do I'm her handmaiden, that's what I thought I've seen you with her before you seem like good friends I Saw lady Marjorie just this morning outside the royal steps talking to queen Cersei oh Sie sehen, dass Sie eine Art Entdeckung haben. Ich konnte nicht viel hören, aber... Sie waren eavesdropping? Nein, nicht all. Ich war nur durchgegangen. Ich hörte sie über House Forrester und... House Forrester? Ich dachte, Sie wollten wissen. Forgive mich, wenn ich falsch bin. Ich hoffe, Sie sind keine Probleme. Die meisten Menschen nicht sehen, wie ein Cowboy. Nicht in King's Landing, mit so vielen lords und ladsen. Sie sehen und hören alle Dinge, wenn die Leute nicht wissen, Sie sind. Good night, m'lady. Huh. Lady Audrey. Du bist früh. Ich hatte gedacht, es wäre Zeit für uns zu sprechen. Komm, es gibt etwas, was wir diskutieren müssen.